... ... ... ... ... Ja, 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 ihr könnt ja nachconnecten... ... ist ja... Ich will netteck dir. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh... Scheiße, das war ne Frack Renate. Äh, ich war das nicht! Echt, die Bine, ich war's wirklich nicht! Okay, was soll das gerade passieren? Nao hat auch Franzi geschossen und Franzi hat einfach losgedrückt. Sorry Nefi. Kein Problem. Was macht ihr hier im Hauptraum? Ja, sie schießen Leute, sie schießen auch Böse. Das ist Selbstverteidigung. Wex ist böse. Maxi! Kannst du mir helfen? Wex, komm mal runter! Wex, komm mal die Treppe runter! Schnell! Er wurde aufgefressen! Was ist los? Wex, du bist doch mein Mate! Nein, Wex hat uns verraten, Franzi! Wex hat uns verraten, Franzi! Das hat uns verraten! Das war in der letzten Sekunde! Warte, was? Mich hat auch Franzi sich traiten. Ja, das war ich. Ja, das war so ne Fähigkeit. Oh mein Gott! Daniel, du hättest am Anfang fast Franzi noch mitgenommen mit der Frage. Ja, deswegen hab ich auch erst O gerufen. Da hab ich dir die Rolle. Aber keine Sorge. Ja, ich stehe jetzt für Recht und das andere. Unordnung. Genau, Recht und Ordnung. Ja, erkennt es nicht. Nein, Franzi hat es fast nicht geschafft. So fast nicht. Boah, hat der grad Venom Chicken geworfen? Ein Venom Chicken? Nee. Guck nicht, ich nicht, ich nicht! Muss man sich da drunter vorstellen. Oh! Chaos! Ich hab einen Namen hier vernommen. Ich bin betrunken. Ey, ich muss kurz, ich muss kurz Grenz besuchen. Was war mit Knechti? Ja, das... Hab ich auch gehört. Hey, Grenzo, Kapuze ist weg! Will mir jemand Munition traden? Trader? Ich brauche Munition für meine Winchester Waffe. Ja, Munition traden. Ah, hallo Mr. Detective, guten Tag. Ja, was gibt's hier für Lärm? Haben wir schon irgendwas herausgefunden? Lass mich mal vorgehen. Okay. Das ist Zombie und killt sich jetzt. Lull. Lull. Machen wir fertig. Ey, wohin findet das Loch? Au! Maru ist der Zombie-Maker wahrscheinlich. Nein, ich bin nicht der Zombie-Maker. Wir kamen nicht im Absatz gegen, aber ich hab einfach den Geist gemacht. Ich kam den entgegen. Oh Gott, Grenzo! Was von, wie war das jetzt? Wer ist, wer ist, vielleicht ist das? Entschuldigung, deine Aufgabe. Wo seid ihr denn? Ja, aber... Was hat die gekillt? Nefi ist anscheinend böse. Nein! Typische Frage, wo seid ihr denn? War ne Explosion! Maru! Maru ist es! Maru ist es! Oh, Vendetta. Oh, verfalle Vendetta. Oh! Nein, mein guter Tropfen! Alter! Und jemand hat einen meinen gelegt? Guter Tropfen? Edeln Tropfen habe ich dabei. Moment, ihr seid nur noch Traitor. Ich sollte ne Waffe mir annehmen. Äh, na. Echt ist der Zombie-Maker! Stimmt gar nicht. Du Sao! Ja, 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 ja. War's, kein Lego-Ratsho? Ja! Sie kamen da in den Katakomben entgegen. Ich habe so Claymormien überall hingelegt. Ne, Maru kam Nefi entgegen. Ich habe Franzi erst mal entfragt. Oh mein Gott, wir sind alles spooky. Ja, ich habe auch gedacht, wo willst du da mit meiner Leiche hin? Das frage ich mich auch ständig. Wir sind sehr spooky. Geht erst mal mit mir in den Keller. Eine Frage, warum bluten wir, wenn wir Skelette sind? Ist ja nur ein paar Züge. Tomatenbeute. Ich finde das ja, das ist Tomatenmark. Ich bin Float, ich habe gerade hier Value. Hallo. Hallo. Ja, mach, dass es dunkel wird, soll ich? Maru geht erst mal baden. Oh mein Gott, Hilfe nicht. Ich sehe nichts mehr. Ich habe nichts, alles gut. Nein, ich war das nicht. Alles mein Team macht es dunkel wird. Wir haben allen einen viel zu guten Prokop-Face. Oh mein Gott, er ist aus. Ich hoffe, er hat den Druck trotzdem. Nein, sie haben ihn weg gerade finalisiert. Nefi, schau mich an. Du bist gut, oder? Ja, ich bin gut. Ja, sie ist auf jeden Fall stand-up aus. Wechseln Nefi, machen hier Mexican Stand-up. Ja. Der Traitor-Test. Ah! Traitor zuerst? Ja, der Traitor schießt zuerst. Oh mein Gott, was ist das? Ich wurde manipuliert. Ich auch. Jetzt hört doch mal auf hier. Ich kann gerade auslaufen. Hallo. Oh, hallo. Patzi, der ist ganz schön schön da unten. Ich glaube neben uns explodiert. Bisschen romantisch werden. Oh ja, Kopfwärmung. Oh ja, Kopfwärmung. Das Bier hat so schön gebrickelt in meine Baupen. Mein Kristall wurde zerstört. Was? Das ist für Kristall. Das könnte Dalu oder Patzi gewesen sein. Das muss Patzi dann sein. Ne, 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 ne. Oh! Da, 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 da rennt jemand weg. Wer ist tot? Wer war's? Ne, ich werde den Reality-Check bekommen. Hallo, Maru, sie laufen wegverletzt. Wir sind Schilk und Juli. Alles hört jemand? Ja. Warte, ist. Ich glaube, Maru, der ist weggelaufen hier. Ich bin dem Schilk und der Station gefolgt. Maru ist selber gleich. Ah! Oh nein! Ich hab mir Engel bekommen! Was tut die Scheiße? Ich bin nicht ready für den Engel. Wow! Nee! Nee! Okay, ich hab einen Toten. Hey, Juli, was hast du denn da? Oh Gott! Juli, lauf mal. Juli, was hast du da gerade gezündet? Juli, wurde es verfolgt? Juli, wurde es verfolgt? Juli, wurde es verfolgt? Juli, wurde es verfolgt? Juli, hast du einen Freund jetzt? Wait, ist da eine Böse? Ist da eine Böse? Ist da eine Böse? Oh! Ist das eine Franky-Roll? Das ist aber ein dober Franky-Roll! Das ist aber ein dober Franky-Roll! Wo ist das passiert? Wer ist denn hier gut und der ist böse? Ich hab Angst! Du bist auf dem Bösen schon hinterher gelaufen! Wer war... Boah! Ich hab Franzi gekillt! Stopp! Hey, hey, ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Okay, stopp! Gipi hat gerade hier... Naja, stopp! Ist aber richtig gewesen! Das ist noch ein Traitor! Warte! Nein, Bex war Traitor! Franzi war ein Jakar! Dall und Gipi! Dall und Gipi! Ich hab nur ne Winchester! Alter, nicht sehr richtig! Okay! Ich rerolle kurz! Maxi, Dall und Gipi! Hallo, stopp! Ich bin noch nicht fertig mit rerollen! Okay, warte! Bleib ich hier oben! Achso, ihr seid da drinnen! Ich hab nur Pfeil und Bogen, Maxi! Ach, Maxi! Maxi, du hast ein Pfeil an der Backe! Ach, nö! Maxi, es geht jetzt los! Nee, 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 nee! Wo bist du? Ich hab Gipi! Ne, 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 ne! Was war das? Schwein! Oh oh! Schnell wegrennen! Schnell wegrennen! Ich bin Bond! Ich bin Bond! Ach, Moment, ich kann ja schnabulieren ohne Ende! Knecht, die sieht echt nicht gut aus für dich Knecht, ihr kennt schon richtig fiesen Klassiker Ne Nein Linksklick war es Nochmal Ich bin noch nicht fertig, Knecht Okay, aber das ist riskant Das ist aber auch Geil Aber eigentlich haben wir auch gesagt, das machen wir nicht Ja, Knecht, die andere noch nicht Gewöhne dir den nicht an, den haben wir verboten Ich habe mir den Platz getauscht Nachdem ich eine Granate geworfen habe Das ist voll cool Ja, aber den haben wir verboten Das darfst du im 101 nicht machen Du darfst ihn nur machen, wenn du potenziell auch einen Teemate töten darfst Oder es nicht safe ist, dass derjenige stirbt Guten Tag Hallo, hallo, guten Tag Was ist das hier? Warum lassen wir hier in Müllim? Lars, danke für deinen Riesenab auch schon zwölf Jahre alt Ein Jahr, dankeschön Ich habe dort meine Versicherung zurückgelassen Ist die Minibar noch voll, Gibi? Ey, Niffi, bist du erst so rund um den Katzenbänden? Ist es noch voll? Einfach rein, einfach rein Oh ja, ich mag beides Ich mag beides ein Ja, ja, ja Ich mag beides wechseln Ich mag beides Da habe ich doch was gefunden Ich hoffe, es hat ihn gemundet Wo ist die Minibar? In meiner Bude war einer Die sind aber jetzt geplündert Ja, ist leer Alles weg Hast dir alles gegönnt, Gibi Nee, nicht weg Ich sehe nichts mehr Ich habe dir nicht mehr in Ruhe einen ablegen Die lag dann Hallo, Vex Vex, komm mal mit Okay Vex, bist du böse oder nicht? Ich bin gut Okay, was aufwägt Ich kann dich hier reinigen Wie, was weiß man denn? Vertrau mir und bleib da stehen Holy shit Oh mein Gott, das ist mein Zimmer Vertrau mir wirklich Nicht bewegen Immer noch nicht Nicht bewegen Nicht bewegen Nicht bewegen Bitte raus aus dem Zimmer Wer wirft den Zimmer Hallo, wir sind hier noch nicht fertig Vex, ja Vex ist böse, Vex Das ist ein langer Prozess Raus Der Schrank brennt Der Schrank brennt Ja, das ist alles ganz fern Geht's hier rein Raus, raus, raus Was passiert hier? Ist fertig das Bude? Nein, das ist langwierig Hallo Du Sau Ist das doof? Ach du Scheiße Ah So nicht So nicht So nicht Ah, ich brenne Ah, ich stürme Oh nein Ah Ich krieg so viel Ah, da kam Baby Und es ist fun Es ist fun Es ist fun Ich kann Vex nicht retten Es ist fun 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 Partzi gewesen Partzi 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 Was machst du gesehen eben. Dauert mir zu lange, komm schon. Gippi, komm, wir gehen raus. Das ist Gippi. Du bist so ein Schuft. Was ist da? Eine Bärenfange. Ich wollte dich wiederbeleben, aber es haben alle versucht, irgendwas dagegen zu tun. Ich wollte dich hören und wiederbeleben. Nein, ich habe dich gefragt, ob du böse bist, damit ich nicht einfach so okay und du sagst auch noch nein. Ja, hallo, soll ich mal die geilste beraten? Und dann wollte ich, dann habe ich dich ja mit der Plasma beworfen und dann macht einer die Tür auf und du fällst voll aus. Ach so, Scheiße. Du bist einmal voll aus dem Raum. Du bist voll aus dem Raum geflogen. Erstmal jetzt hier random Gameplay. I see dead people. Hau uns random laufen, bitte. Oh nein, nein, nein. Oh nein, ich kann einen toten Menschen sehen. Ich glaube, alle Border sind jetzt visualisiert. I see dead people. Warte mal, was heißt das? Ich glaube, dass alle Border jetzt der Main-Character bis vorne ist. Sixth Sense. Sollte Max erschießen uns zu testen. Ich bin in der Combo durch die Gegend geworfen. Parti hat den Fernseher zum Boden geschmissen. Was habe ich? Nicht der Parti, tötet Parti. Äh, Alter. Bist du mal cool. Komm, you later. Konnte man mit rein. Er hat gestorben. Ey, was machst du hier so? Machst du hier so Explosionstests oder was? Oh, Max, hast du eine Pistole? Ey, danke sehr, die habe ich selbst gebaut. Das hier ist das Todeszimmer. Ja, ja. Da drinnen sterben alle. Ich komme gerade vom Surfen und so. Franzi ist hinter mir. Hier ist ein Diegelschuss an der Wand in dem Todeszimmer. Ja, da habe ich einmal in meiner Gegend geschossen. Da ist aber nichts eben drin. Ich habe nicht, ich habe dich einmal abgedrückt. Ja, du überlegst, ich gebe es auch wieder ab. Aber, habe ich nicht. Lass mich hier raus. Lass ihn nicht raus, Franzi. Das machst du hervorragend. Ich lasse ihn nicht raus, dafür, dass er mich so verarscht hat. Letzte Runde. Ganz genau. Wenn ein Innozent im Kampf ist, sag mal Bescheid. Franzi ist es. Hier ist die Leiche. Das ist Maru. Maru ist gut. Franzi ist es. Eieieiei, das glaube ich nicht. Es war's, die töten. Ist er tot? Da kam ich ja entgegen. Ach, da ist ein Böse im Raum. Boah, boah. Ich wollte nur Stress, man. Ich habe das Raum angemacht. Nach dir, gebt euch hin. Knechti. Ich habe den Worn gesehen. Und Franzi auch. Du bist kein Rhythmus-Wissenschaftler oder sowas. Was ist denn los? Wayne, was ist dahinter? Wow. Wow. Knechti. Oh Gott. Boah, guck mal, die Wissenschaftler. Oh, da hat jemand Falschaden bekommen. Maxi war in der Tat böse. Oh, Knechti war in der Tat. Hallo, Knechti? Knechti ist scheinbar kein Match gewesen. Ich kann ihn nicht ziffern. Wait, what? Was? Was? Wenn man die Items nicht kennt. Er ist einfach in der Tat kein Mensch. Er hat den Dead Ringer aus Team Fortress. Wenn du ihn anschießt, lässt er eine Leiche fallen und ist unsicher. Oh meinst, ich dachte, ich hätte einfach gewollt. Nein, dann hast du nicht. Dann ist das Ding, Mann. Na ja, schade. Du solltest an deinen Fähigkeiten erst mal zweifeln. Na, 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 na. Oh. Die Breach-Hotkarnis? Hat die Stung liegt denn da? Ich dachte, man liegt die Weltstrung. Können wir mal Franzi grundsätzlich erschießen? Ich ständig böse. Auf gar keinen Fall. Sie ist gerade wieder böse, habt ihr gehört? Klingt sehr gut. Oh, shit, ich hab's aktiviert. Möchte irgendein starker Mann bei mir bleiben, wenn's nicht rausgeht? Nee. Um meine Hand zu halten? Ja, komm weg. Okay, oh, danke, gib mir. Ah! Oh, jemand hat Ruplich angemacht. Es ist wirklich... Gute Zeit. Oh, es ist Franzi. Wollen wir... Den tut doch so einen Griff hin. Jemand hat geschossen. Ich lass uns mal alleine. War das denn random, Franzi? Ich nehm ein anderes zu machen. Hast du raus, oder nicht? Können wir bitte raus oder rein? Franzi! 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 Oh Gott! Lass mich rein! Ah! Headcrap! Wenx, komm, mach die weg! Eine noch! Eine noch, ist fertig, oder? Kannst raus! Ich hab' nicht gemacht, ne? Ich hab' nicht geschossen! Wenx, komm da raus! Ich würd' da nicht rausgehen! Das ist echt! Die kommt wieder! Oh, ich muss rennen! Daneben! Wenx ist das! Das ist echt dieses! Wenx hat sie es! Hä, du hast auf mich geschossen! Ja, schlecht dieses! Nein, nein, knappe ist es nicht! Doch! Nein! Ich hab' geschossen hier Dauen! ich habe engel das reicht ich wusste doch dass das ist und war anscheinend da wird ein engel ja dann geht es meiner er gehört mir mit der snipe ein headshot habe ich ihnen drei oder vier mal von mir angeschaut ich bin der ghost oder der kam train hinter dir ich habe mich gerade so erschrocken ich habe mich gerade so erschrocken du hast sogar noch das messer in der hand als du meinen kristall gefressen hast hier wer sich den lügen hier war der sache zurück warte 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 wer kann er nicht mehr wächst 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 z millet hat den zuck sp摩 hängt den zuck sp摩 da hat er einen kristall geholt sie war auf der krest hier ist die leiche hier ist ein geist Hier ist Fanzi. Juli, lauf mal hoch. Fanzi, beweg dich mal. Und dead people. Nee. Man sieht einfach nur, wo die Leute umgebracht wurden. Nee, guck mal, hinter ihr ist noch ein Geist. Hier ist Juli, glaub ich jetzt. Oh, die Geister. Oh, ja. Und zusammen genießen sie die unglaublich schöne Kunst von Filmplakaten. Ich werde heimgesucht von Juli. Ich seh's, ich seh's. Sieht da super aus. Hier, da hat Franzi grad Thomas ein Tank Engine auf die Welt gehetzt. Ach so. Zweimal. Zweimal. Wow. Da will jemand aber ne Deep Saber mehr sehen. Das kann, ganz schön gruselig. Da machen sie das. Nächte, warum bist du gehört? Weil ich ne Spaß überleben habe. Juli, geh mal woanders sehen. Juli. Was haben sie eigentlich mit der Hausgefunden, Herr Detective? Wo brennt's? Ich mach einfach noch ein Event an. Oh, oh Gott. Oh, nee, nee, nee. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Was heißt das? Ach so. Das, was da steht. Wenn ihr Leichen konfirmt, kriegt ihr die Rolle, die ihr hier konfirmt habt. Genau. Einer ist Traitor. Einer ist Traitor. Einer ist Traitor. Einer ist Traitor. Ein Traitor, ein Dete, alle Amnesia. Und ein Jackal, glaub ich. Amnesia, wo war's nochmal? Wenn du konfirmst, übernimmst du die Rolle. Wenn du einen Traitor konfirmst, dann bist du auch Traitor. Oh. Okay. Geil, cooles. Cooles Event. Mein Problem ist... Na, Porzi, was bist du? Ich als... Ich hab vergessen. Nix. Nix? Ich darf nicht zu erschießen. Im Amnesia hab ich jetzt auch einen Nachteil. Jetzt hab ich eine Seife gekauft und weiß nicht, was hin damit. Eine Seife? Scheiße. Du kannst jetzt Retter werden. Ist das Se... Wow, 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 wow. Okay, okay. Juli gib uns ein Zeich. Juli gib uns ein Zeich. Auch hab ich ein Radio. Was mach ich mit dem Radio? Juli gib uns ein Zeich. Warte, warte, warte. Warte, warte. Hast du... Dalu, hast du EMF5 oder was? Oder... Boah. Da oben ist auch noch ein Geister-Event. Da steht einer auf der Treppe. Franzi ist einfach auf der Treppe. Juli ist da. Juli ist da unten. Juli ist da unten. Franzi vibet grad noch mit Thomas und Tank Engine. Boah, nein. Oh Gott. Das war da. Ach du, nicht auf der Seife ausrutschen. Ich kann euch nicht... Komm, Masterbill von wo? Oh, bin gedocht durch die Seife. Ich wollte grad sagen. War das hier? Nee, nee, nee. 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 Der ist gestorben. Woll grad sagen. Dein Kopf hör auf. Wie du dir deine Rolle. Ja, die hat er auf mich geschmissen. Oha. Ah, Translation, not found. Der war zum Beispiel nichts. Der war Amnesia. Ja? Guten Hunger. Danke. Stimmt sogar. Da wird geschossen. Oh! Das war knapp. Wie konntest du denn den Geist steuern? Ich hab das gar nicht gedacht. Warte, warum hat die Trader jetzt... Weil Amnesia keiner ist. Wir sind keiner. Wir müssen eine Rolle nehmen. Ich hab den Dete grad abgestopfen, der kam hinterher. Ah, okay. Ich hab versucht, Knechtilup zu sprengen und es hat nicht funktionieren. Hast du die Kehlknechtil? Das hätte auch nichts gebracht. Ja, doch, mir ein Lächeln auf dem Gesicht. Oh, wechseln. Oh, bist du. Oh, wechseln. Oh, wechseln. Oh, wechseln. Oh, wechseln. Ne, da ist Skippy. Da ist Nefi. Nefi, warum tust du das? Letzte Runde. Ich war das nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du warst das. Also bitte Abstand. Abstand nehmen, Abstand nehmen. Was hast du, Franky? Hast du grad nicht gesprayt? Hallo? Wer will hier rein? Und? Hast du mich markiert? Oder was war das? Nein, du kannst an eine Wand schreiben. Guck mal hier. Das hier ist der verbotene Raum. Wie mach ich das? Mit G. Okay. Ich fühl mich nicht sicher. Ich fühl mich nicht sicher mit euch. Ich fühl mich ja auch nirgendwo sicher. Ich bin Detektiv. Oh. Sparwort Cornflex. Er ist schuldig. Ihr habt hier drei POs. Was? Wo es wächst? Ich bin grade im Badezimmer und gönn mir die warme Dusche. Die warme Milch. Die warme Milch? Scheiße, Franzis Detösen verloren. Jawohl, ja. Und an die Wand da, du komischer Roboter. Oh, das ist so frische Bienen. Hier passiert was. Hier passiert was. Oh, was hab ich gesagt? Benx, du solltest den danach weglegen. Ihr Turtles in der Küche. Oh, du hast hier drei POs kleben, nicht an der Wand. In der Bärenfalle, okay. Ist eingesperrt. Ich weiß, dass der zu schätzen ist. Noch einer. Oh, nein. Ich weiß, dass der zu schätzen ist. Das einer ist gestorben. Der einer ist oben auf jeden Fall dran gestorben. Ja, doch. Oha, warum höre ich da Musik? Ja, töten. Töte. Ich wollte grad sagen, der die Musik spielt, ist böse. Musik, Hilfe. My little pony. Ja, was denn? Da sind irgendwie nur böse dran gestorben anscheinend. Oh, ich bin tot. Das ist schön. Also noch nicht, aber ich sterbe grade. Hier liegt die Bärenfalle. Was? Ja, wo ist denn hier? Hier. Hier liegt eine Bärenfalle. Du hast eine relativ hohe Chance da rauszukommen. Ah, hier. Ne, sie ist nicht rausgekommen. Ach, Wex. What the fuck? Moment, wer hat hier Dude gemacht? Äh, Julie. Moment, das war aber was Normales, glaub ich. Das kann aber auch ein Mirror sein, ist das Ding. Weiß nicht. Maxi, was hast du vor mit ihm? Na, er ist Niko, also ich werd die nicht wieder beleben. Wer weiß. Moment, was ist hier in der Lobby passiert? Das ist eine viel bessere Frage. Aua. 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 Ich hab keinen Schaden bekommen. Ja, same. Das ist eine Turtle. Das ist eine Turtle. Das ist eine Turtle, ja. Anfang der Runde da drin. Wer ist denn noch übrig? Wer ist es jetzt? Na ja, Julie, irgendwie... Julie! Die sind alle Leute tot, die meinten, du wärst... Aua, aua, aua. Bouncy Balls. Aua. Julie mit dem Bouncy Balls. Die bounced. Warte, ich mach mal was. Ich verwirr sie jetzt. Oh nein. Verwirrt mich auch. Dalo ist unsichtbar. Und? Oh oh. Julie kommt wieder! Aha. Hehehe. Gab's einen Grund, warum du unsichtbar warst? Aua. Ja, sie war Vendetta. Kann ich es einfach, die Bösen zu töten und nehmen... Hallo Flo, Flo. Hallo Wann, das war... Wann machen sie das, hör? Ich hab noch... Hey. Guck mal Party. 10. Ich weiß gar nicht, was du meinst, keine Ahnung. Klappt das? Was wolltest du machen? Wolltest du in so'n Battlebar einfangen? Ich fand's auch Julie's... Julie's Aussage so toll. Ich schieb die mit dem Friendship ab. Also, nachdem ihr weggelaufen seid, bin ich in die Richtung gelaufen, wo nichts mehr war. Also, da war nichts mehr. Es gab zwei... Wo kommt denn die Musik her? Ich wurde von Wex auf jeden Fall getötet. Ich wurde... Ich hab dich getötet? Hast du den ersten gelegt oder den zweiten Wex? Ich hab so ne Gun benutzt und hab die auf Dalo gefeuert und dann ist einfach alles weiß geworden. Jaja, aber du warst der Erste, meine ich. Oh, da war alles weg. Yeah. Oh. Es gab jetzt zwei Friends. Guck mal, ich hab hier ne Wolke. Wer hat die Hotbox dann gemacht? Ja. 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 Ja.